Hallo! Schön, dass ihr wieder reinschaut und bei uns regnet's. Klasse. Ja, genau wie draußen. Echt schön. Hören wir wieder mal eine Runde los und nicht reden kann. Lust hat, eine Runde Minecraft zu spielen und dem Ekelwetter von draußen zu entgehen und dann regnet's hier drin auch. Yippie! Super. Rögen, rögen, rögen! Hoffentlich hört es bald auf. Man weiß auch nie, wo die Sonne steht bei so einem Mistwetter. Das stimmt. Aber ich hab kurz getestet und sie es nicht macht. Aber das würden wir auch merken, weil sonst würde irgendwas rumstehen. Ja, da wird ein paar Viecher spawnen wahrscheinlich. Irgendwo höre ich aber auch eine Spinne. Ja, das ist wahrscheinlich auch unten drin. Ach ja, wir hatten ja hier unten drunter ein Loch, ne? Ja. Oh, ich wollte eigentlich neue Steine reintun in den Ofen. Du hast doch bestimmt noch ein paar Gobblestones, oder? Äh. Ne? Ich hab keinen einzigen mit übertragen, ne? Doof, 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 doof. Oh, es hat aufgehört! Yay! Schönes Wetter! Wo sind denn die ganzen Gobblestones dann hin? Äh, ich hab keine Ahnung. Schau mal an den Kisten. Ging da keine? Hm, ich guck grad. Babababum. Ach ne. Hier war ja nur das, das gute Zeug drin. Huch, hallo? Hallo? Ich will raus aus der Kiste. Hier war nur Dreck drin. Hier ist alles mögliche drin, aber keine Gobblestones. Hier sind auch keine Gobblestones. Hier sind noch 14 und 64. Gleich hab ich wieder Gobblestones. Hä? Gleich hab ich wieder Gobblestones. Jo, okay. Ja, die kannst du dann, wenn du welche hast. Ein paar. Kannst du dir in den Ofen hauen in unserem Haus. Okay. Ich sag mal, wenn der Spitzacke kaputt ist, denk ich. Okay. Das bei der Menge an Steinen hier nicht mehr so lang dauern dürfte. Warum liegt hier Dreck rum? Hallo Dreck! Ist er eventar voll? Eigentlich nicht. Hm, komisch. Gammelt da einfach so Dreck rum. Sehr artig. Bin ich vielleicht nicht direkt drüber gelaufen? Oder ist das irgendwie in die falsche Richtung gesprungen? Ich hab keine Ahnung. Wer weiß. Ach ja. Das macht Spaß. So einen Boden aufzufüllen. Nur einen Stein an den anderen zu setzen. Das ist so spannend. Spannung pur. Zack, 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 zack. So. Die Spinne ist nervig. Hm, die Spitzhacke hält doch mehr aus als ich dachte. Eine angespitzte Spitzhacke? Ja. Oh. Oh. Die macht alles kaputt. Ähm. Da geht's weiter. So. Und jetzt wird's langsam dunkel. Ja. Dann mach ich mich mal auf den Weg in die Steinhütte und brenne Stein. Okidoki. Möge sie dies tun. Ich mach ja noch ein bisschen das Gras weg. Äh, das mit Dreck weg, der hier zu hoch ist. Hier vorne noch ein wenig und dann komm ich auch ins Bett. So. Ab in zwei Abettchen. Das Idiot. Wupp. 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 Ich liege im Bett. Ich liege im Bett. Wupp. So. Hallo. Na? 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 Jetzt. Oh, da ist nicht viel drin. Ähm. Ich lege hier immer hier Steine rein. Da links in die Tür. Hier. Hast du gebrannte Steine drin? Ja. Okay. Also nur 29, aber immerhin. Oh ja, ist besser als nix. Ja. Ich hab dann halt wieder aufgefüllt da. Jo. Okidokili. Ähm. Was soll ich jetzt machen hier oben? Ähm. Die eine Erdschicht da links daneben, die noch zu hoch ist, die müsste noch weg. Mhm. Und dann, äh, eigentlich erstmal nix mehr. Dann muss das hier nur... Okay. Ähm. Muss das hier erstmal noch voll gemacht werden mit den Steinen. Ach toll. Hier drunter Stein. Jee. Naja, drunter ist ja egal. Naja. Ähm. Obwohl... Der soll doch wieder hin, oder nicht? Was? Was? Soll der nicht Wiese hin? Äh, ne. Weg. Ja, aber dann... In der Ahnung ja nicht überall Stein. Hm? Ne, das hier muss raus und dafür muss Gobblestone hin. So, ja. Als Weg halt. Huch, das ist nicht... Doch, das ist Gobblestone. Wieso sieht er so komisch aus? Strange. Jetzt bin ich grad bisschen verwirrt. du hast du zombies naja doch es ist koppel aber sie trotzdem ein bisschen eigenartig aus wenn man so nah dran ist ist das total vor pixel da kennt man keine klausel struktur wenn man ein stückchen weiter weg ist schon brauchen wir halt noch ein stück weg jetzt ich glaube wir müssen da mal runtersteigen und ausleuchten wir sind gegen die minoren nun stimmt irgendwie irgendeinem wege Oh, guck mal, da kommt sogar ein Baum, der da im Weg ist. Ja. Der böse Baum. Ach, wird einfach drum herum gebaut. Dann kannst du auch einfach abreißen. Ja, mach ich klar. Äh, wegbauen, abhacken. Du weißt schon. Ja. Ich weiß schon so. Gut. So, drei noch. Zwei, drei. So, dann ist schon ein Gumpelstund aus. Ich frage mich nur, ob wir den Weg wirklich dreie breit machen oder viere breit oder wie viel breit der nun werden soll. Ich glaube, bald ist mein Metapol. Ach nee, noch zwei Freipätze. Nein, jetzt ist meine Schaufel kaputt. Oh, no. Ich habe auch nur noch eine fast ganz kaputte. Ja, noch. Fast ganz. Ich gehe einfach zurück, laddreck ab. Und noch meine Schaufel. Okay. Ich gucke derweil mal, wie es aussieht hier mit den gebrannten Steinen. Viel weiter sind wir irgendwie noch nicht. Bei 20. Ich weiß nicht, warum geht das so langsam? Schnarrig. Ja. So, dreck, 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 dreck. Dreck. Hm, ganz viel Dreck. Kieli. Livamente. Dreck. Kümmchen. Boah. S operated. So. So. Ach so, Mist. Also. Okay, schon gut. Hat sich erledigt. So, dann klettere ich gerade mal ein paar Meter in die Mine runter und hole mal noch ein paar Steine raus. Two Eddies. So, 1, 2, 3, 4, 5, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, blöpp. Blöpp, 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 blöpp. Das ist immer wieder eine spannende Arbeit. Mal gucken, ob was für eine Höhe ist. Eckborn auch. 28, ich bin sogar schon hoch, schon relativ tief hier. Den Dreck da wegkloppen, das macht bestimmt auch viel Spaß. Ach, ehrlich gesagt, finde ich das gar nicht mehr so schlecht. Macht dir das Spaß, ja. Irgendwas lustig. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut, na gut, 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 gut. Klar. Ja. So. Dann können wir doch schnell hier bis auf den Boden runtergraben, wenn das denn reicht mit der Spitzhacke. Oh, Eisen, schau mal einer an. Oh, sieh an, hier geht es hinab. Bist du wieder oben, oder was? Oh, hallo Creeper. Ach, hast du die Höhle gefunden? Ja. Kannst du direkt mal ein paar Fackeln reinhängen. Ja. Mach ich dann. Hast du Angst vor dem Creepy? So ein bisschen. No. Ne, ich schieße den gleich ab und dann leuchte ich zumindest schon mit den Höhleneingang aus. Du schießt den ab. Der Arme kann gar nichts dafür. Du bräuchst jetzt ein Namensschild, was du an den Creeper machen kannst. Tja, Namensschilder kriegt man leider nicht jeden Tag. Creeper, wo bist du hin? Ach, auch noch ein Skelett? Hi. Schön, dass du oben bist. Du findest aber heute auch wieder viele Freunde. Und noch ein Zombie. Ja, wie toll. Hey. Mach der auf mich mit dem ganzen Spaß. Nächster. Oh, wie unfair von dir. Das ist aber nicht schlecht. Aha, das Skelett hat den Zombie getroffen. Echt? Das musst du ihn töten? Dann kann da eine Scheibe Schallplatte oder so raus troppen. Hat es getötet. Aua. Oder war das nur bei Creepern, wenn Skelette Creeper abschießen? Irgendwie sowas. Aber ich glaube, wenn Skelette die anderen töten, kann da immer so eine Chance, dass irgendwas Besonderes dabei droppt. Es ist nichts getroppt. Naja, das war ja klar. Ach, scheiße. Aber die Chance war da, ne? Ja, immerhin. Jetzt ist meine Spitze heute kaputt. Oh, scheiße. Oh, fuck. Das war die falsche Richtung. Ach, scheiße. Was machst du denn? Nix. Nix. Nix passiert. No Creeper explodiert. Hey, das hat sich gereimt. Hm. Klingt ganz... Oh, hallo, Skelette. Klingt fast wie nix, ja. Geh doch weg. Oh, das hat eine lustige Nase. Ach, nicht das Skelette. Ich mein Zombie. Ich verwechsel schon alles hier. Ja, ich glaube, wir müssen uns mal den Spaß hier zusammen gönnen. Ich bin schon fast da. Ja, da unten ist Lava. Was? Das ist schon Lava? Ach, das macht dies. Wo bist denn du überhaupt? Ach, dort drüben. Ich bin hier. Lava? Echt? Oh, Tatsache. Noch ein Zombie. Hallo, noch ein Zombie. Huch, das wollte ich nicht. Oh, das hat ja eine Möhre gedroppt. Wow. Oh, das ist eine Kartoffel. Nein, das ist eine Möhre. Ich hab das gerade nicht so gesehen. Ähm. Ja, die Mote ist echt groß. Vorsicht. Aua. Nachher geht's ja auch weiter, was? Also nur in die Richtung. Oh, kommt Skelett. Ich will so schlecht. Meine Minecraft-Musik ist auch so leise. Oder hab ich doch das Gefühl, dass sie so leise ist? Ich weiß es nicht. Ich hab übrigens keine Fackeln mehr hier. Ja, ich hab noch ein paar. Okay. Geh mal weiter. Ähm. Huch, was ist das hier für ein Loch? Hm, ziemliches Loch. Geht's noch weiter? Ja. Ja, auch. Nach oben und nach geradeaus. Ja, wie gesagt. Irgendwann denk ich... Oh, oh, oh. Creepy, creepy. Lauf, 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 lauf. Fledermaus, ey. Ach, Gott sei Dank. Der saß direkt unter... ...unter dem Marktplatz hier, der Sack. Oh, warte, ich brauche einfach Kohle ab. Hätte ich mir auch wieder ein paar Focke machen. Da saß der direkt unter dem Marktplatz, der... Ja, wollte uns alle in die Luft sprengen. Ja, der Attentäter unter dem Markt. Der neue Film von... ...Hoherdarm. Von was? Achso. Hoherdarm. Blattwort. Mhm. Da ist wieder ein Creepy. Und dort geht's in die Mine. Sag ich doch. Wo? Na, weiter unten. Ist egal. Lass uns einfach hier noch ein bisschen... Oder du kannst hier die Kohle... Ich hab keine Spitzhacke, wenn ich mir erst eine neue mache. Soll ich jetzt überall die Kohle abbauen, oder was? Wenn du willst, musst du nicht. Hier am Eingang war noch Eisen, fast... Das könntest du ja vielleicht mitnehmen. Mhm. Ansonsten... ...ge ich jetzt erst mal... Oh, die Sonne geht gleich unter. Nein! Sonnenlicht, verlass uns nicht! Ha, das hat sich gereimt. Ja, ich hab's gemerkt. Wo ist denn... ...das Eisen? Noch da. Kein sonderlich großes Vorkommen, aber immerhin überhaupt eins. Jo, ich mein, Eisen kann man immer gebrauchen. Von daher kann man das auch immer mitnehmen, auch wenn's nicht viel ist. So... Dann schmeißen wir mal ein bisschen verrottetes Fleisch zu den Fischen. Hey, heb das mal für die Hunde auf, falls wir jemals welche kriegen sollen. Wir haben, glaub ich, schon genug verrottetes Fleisch. Ich will, ich will endlich mal einen Mob-Spawner finden und nicht nur Spinnen, also nicht nur die Mini-Spinnen, sondern mal einen richtigen. Mhm. Das wär mal cool! Was? Was hast du denn vor, damit? Ähm, ne mal Pfalle da rumbauen. Ach, ach so. Hm, okay. Hier, ich hab in den einzelnen Firnens hier das Eisen reingehauen. Okay. Hallo? Jetzt geht es! Brauchst du noch Stein? Ähm, ich weiß nicht. Gerade erst, ich guck erstmal, ob das reicht, was noch drinne war. Ich hab eh nur noch elf, aber... Ich glaub, es sieht ganz gut aus. Ich hab zwei Stacks und ich glaub, es ist nicht mehr, sollte nicht mehr so viel sein. Also, ich denke, ich komme dann bald hin. Okay. Kann mich natürlich jetzt auch total täuschen in der Fläche. Aber hoffen wir jetzt mal nicht. Lalalalalala. Klack, 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 klack. Mhm, 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 mhm. So, na, ich glaub, ein bisschen was brauchen wir doch noch. Aber das kann ich ja gleich noch reinhauen. Ich hab ja grad ein bisschen Gobblestone gefarmt da unten. Von daher. Wupp, wupp, wupp. Enderman! Wo ist er? Wo bist du hin, Andy? Er ist wieder weg direkt. Wo ist er denn hin? Ich will einen Enderman töten. Jetzt? Ja, er ist ja wieder weg. Können ja nicht. Geht ja nicht. Jetzt ist er wieder verkrümelt. Der Feigling. Der Feigling ist einfach abgehauen. Ja, sobald ihn schlägt, ist er doch eh ab. Ja, oh mein Herz. Oder er versucht, sich zu Tode zu schlagen. Ja, nochmal versuchen. So. Ups. Das Loch wollte ich eigentlich nicht graben. Oh, ich höre die Laber von unten. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Blubber, 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 blubber. Genau. Hi-oh. So. Eins, zwei, eins, zwei. Ah, komm schon. Zwei Spitzhacken, bitte. So. So. So, dann gehe ich nochmal fix runter in die Mine. Ach, ich wollte doch noch Cobblestone in den Ofen hauen. Eins. Was? Zwei Stacks fast soll reichen. So. Es geht schon mal schön weit runter her. Ähm. Ja. Soll ich schon mal mit auffüllen beginnen? Auffüllen? Ja. Was willst du auffüllen? Die Ebene. Ach so, mit Dreck? Ja. Ich weiß halt nicht, wo die Wege lang gehen, deswegen ist es vielleicht noch nicht so sinnvoll. Wir können gleich mal gucken, wie wir die Wege von der Brücke dahin machen oder so. Ich weiß halt nicht, dann buddelst du den Dreck wieder raus, den du da reinfüllst, weißt du? Aber muss das nicht je alles auf eine Ebene? Wie? Oder? Ja, ja, klar, es ist alles auf einer Ebene, aber wenn du jetzt einen Weg dorthin haben willst, ist der ja, sag ich mal, tiefer, weil du ja dann drauf läufst. Ach so, ja. Und deswegen muss ich nochmal schauen, wo wir die hinbauen. Was ist mit diesen riesigen Steinflächen hier neben dem Marktplatz? Ich finde ihn nicht so cool. Ja. Ich würde lieber Dreckfläche draus machen. Da kommen ja aber dann auch Häuser drauf oder irgendwas und wenn nicht, dann kann man da ja immer noch Gras draus machen. Ah, okay. Also ich meine, wenn du Lust hast, da jetzt den ganzen Stein wegzuhauen und dafür Gras hinzulegen, kannst du das gerne machen. Nee, dann gehe ich jetzt erstmal wieder runter in die Mine. Und machst in die Höhle. Schau, ob ich nochmal irgendwie ein bisschen eine Kohle oder so... Ah, okay. Also, brauche ich dann ab. Oh, Kohle, neben der Lava. Juhu! Oh, schau an. Ist aber hell hier. Ich habe auch gerade Lava gefunden. Klip, klip. Ach, muss jetzt Kohle-Rocom jetzt auch da reingehen oder was? Super. Hallo? Ach, was ist denn das hier? Für Mist. Oh, shit. Hallo, Skelett. Oh, hallo, anderes Skelett. Ähm, supi. So, wie geht es denn jetzt hier weiter? So, hier. Treppe, Treppe, Treppe. Oh, fuck, Enderman. Boah, hast du mich jetzt erschreckt. Meinst du, ich schaff den? Alleine? Versuch. Kann er nur 32 Level verlieren. Ach, ist ja nichts. Ich kann dir auch helfen kommen, ne? Ja, du kannst in die Mine nach unten steigen, wenn du willst. Ja, wie soll ich dich da finden? Einfach gerade nach unten. In den Minenschacht. Da, wo die Holzzäune sind. Da führt eine Steintreppe runter. Oder? Äh, du meinst jetzt von außen. Ja. Ich dachte, du meinst von der Höhle aus, in der ich gerade bin. Von außen. Da, wo die Holzpfähle sind, hast du gesagt, ne? Dann geht eine Treppe runter, kannst du runtersteigen. Treppe. Ähm, nach ganz unten? Jupp. Nach ganz unten. Jetzt ja für 12 bin ich jetzt hier. Oh, ich sehe schon deine Schrift. Ja, ich sehe dich auch. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10. Da ist er. Und, los. Jawoll, er ist tot. Und hat er was gedroppt? Ähm, keine Ahnung, ich habe nichts im Inventor. Nichts? Echt? Eine Blume. Oh, toll. Dann droppt er nicht mal was. Oh, hier ist Redstone. Oh, hier ist viel. Aber hier kommt man dann halt auch vorbei, wenn man hier runterkommt. Hallo, Zombie. Oh, hallo. Oh, hallo, noch ein Zombie. 3, 4, 5. So, 3, 4, 5. Du hast nur schneller gemacht. Du hast ja den die Fackel abgeschwertet. So, 3, 4, 5. Oh, hallo, noch ein Zombie. Na, komm. Mal gucken, wie weit es hier noch, ob da noch was drunter ist. Wahrscheinlich nicht, ne? So. Bop, 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 bop. Bop, 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 bop. Was denn? Alles okay. Hast du was gefunden? Nö. Also, was heißt was gefunden? Was erwartest du, dass ich finde? Oder? Hm? Nö, ich erwarte nichts. Wird ja nur sein können. Dass du irgendwas entdeckt hast. Ich hab nur noch ein bisschen ausgeleuchtet und nur gesehen, dass es da noch ganz schön weit geht. Hm. Mal wieder. Jo, ist halt wahrscheinlich die... Oh, hallo, Zombie. Die, die Höhle, die so ein bisschen dann die Mine noch kreuzt irgendwo, schätze ich mal. Jo. Oh, hier ist alles dunkel, ja. Boah. Ich bin jetzt nicht mehr hier. Ich geh ein Stück weg. Aber ich hätt doch, ich hätt doch, ich hätt doch hier rauskommen können und ein Diamantvorkommen finden können, oder? Das wär doch... Hättest du machen können. Das wär doch fair gewesen. Ich hör irgendwie Zombies. Ja, der ist hier bei mir. Ich... Den Krott mal wegmachen. Hey, der hat einen Block in der Hand. Hm. Wieso genau wollte ich gerade den Redstone mit dem Schwert abbauen? Weiß nicht. Weil er so schön geleuchtet hat. Jo. Alles, was leuchtet, da haut man drauf, oder was? Weiß ich nicht. Hallo Zombies. Hast du eine Menge drin hier im Weg, oder? Nur noch ein bisschen weiter. Ich komm jetzt wieder zurück. Ich wollte nur gucken, ob vielleicht hier noch irgendwas auftaucht. Okay. Irgendwas spannendes, aber... Ist nichts. Ist halt nur weiter Höhle und... Ja, das war's. Hier ist Schluss. Hallo, hallo. Schnell wieder weg von der Lava. Zackdi. So. Können wir dann wieder hochklettern. Ist der Lava-Lava. Ich fühle mal. Ich bin jetzt noch ein paar Bai, wie vai-Lava. Ich bin jetzt noch ein paar Doraas. Ich bin jetzt noch ein paar Doraas. Ich bin jetzt noch ein paar Doraas.